Prinz Harry und Meghan haben eine engere Verbindung zu Kanada als William und Cate, Experte. Kanadier haben eine starke Verbindung zu Prinz Harry und Meghan Makele und haben das Paar unterstützt, behauptet Experte. Kanadier haben eine starke Verbindung zu Prinz Harry und Meghan Makele und haben das Paar früher unterstützt, wobei ein Experte sogar noch weiter ging und behauptete, dass die Sussexes eine engere Beziehung zu dem Land hätten als Prinz William und Prinzessin Cate. Express.co.uk sprach exklusiv mit dem Geschäftsführer des Canadian Royal Heritage Trust, Gary Toffoli, der sagte, dass er und viele andere Kanadier die Sussexes in der Vergangenheit stark unterstützt hätten. Er sagte, der Herzog und die Herzogin von Sussex haben eine engere Verbindung zu Kanada aufrecht erhalten als der Prinz und die Prinzessin von Wales. Punkt R fügte hinzu, die Kanadier erinnern sich, dass die Probleme mit den Sussexes begannen, als der Palast, zu Unrecht, glaube ich, sie daran hinderte, mit königlichem Sicherheitsdienst in Kanada zu leben und nebenberuflich königliche Pflichten zu erfüllen. Punkt Harry und Meghan traten 2020 von ihren berufstätigen Royals zurück und zogen zunächst nach Kanada, bevor sie sich schließlich in Kalifornien, USA, niederlesen. Das Land war zuvor die Heimat von Meghan, als sie als Schauspielerin in der Fernsehserie Suits arbeitete. Der Geschäftsführer des Canadian Royal Heritage Trust verwies auch auf die Ergebnisse einer Umfrage aus dem Jahr 2020, die eine positive Unterstützung für den Herzog von Sussex zeigte. Er sagte, die überwältigende Mehrheit der Kanadier unterstützte damals die Pläne der Sussexes. In einer Umfrage Anfang 2020 wollten über 60 Prozent, dass Prinz Harry der nächste Generalgouverneur von Kanada wird. Punkt Zu einem bestimmten Zeitpunkt dachte man, dass Harry eine offizielle Rolle in dem Commonwealthland übernehmen würde, aber das wurde bald verworfen, als bekannt wurde, dass die Sussexes von Kanada nach Montecito in Kalifornien gezogen waren. Prinz Harry und Meghan Markle verließen Vancouver Island in Kanada und zogen im März 2020 in die USA. Sie ließen sich in Los Angeles im Haus von Tyler Perry nieder, bevor sie in die Villa in Montecito zogen, in der sie derzeit mit ihren beiden Kindern, Prinz Archie, 5, und Prinzessin Lilibet, 3, leben. Anfang des Jahres besuchte das Paar Vancouver in Kanada für die Veranstaltung noch ein Jahr vor den Invictus Winter Games 2025, der siebten Ausgabe des Sportwettbewerbs, und der ersten Version bei Winterwetter. Harry probierte sogar eine Reihe von Veranstaltungen aus, an denen Sportveteranen teilnehmen werden, darunter Sitzsketsch, Skeleton und Rollstuhlcurling. Eine gut informierte Quelle sagte zuvor gegenüber Express.co.uk, Meghan hat eine enge Bindung zu Kanada, da sie dort während der Dreharbeiten zu Suits lebte. Punkt Sie fügten hinzu, der ursprüngliche Plan war, dass sie dort ihren Sitz aufschlagen und Harry eine Art halboffizielle Rolle übernehmen würde, aber das hat nicht geklappt, also sind sie in die Vereinigten Staaten gezogen. Punkt Berichten zufolge planen Prinz Harry und Meghan, ihren Sitz aufschlagen. Unterdessen waren Prinz William und Prinzessin Kate 2016 das letzte Mal zusammen in Kanada. Die Tour war bedeutsam, da es ihr erster offizieller Besuch mit ihren Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte war. Während der Tour sagte Prinz William, Catherine und ich freuen uns, wieder in Kanada zu sein. Als wir das letzte Mal hier waren, waren wir erst drei Monate verheiratet. Der herzliche Empfang, den sie uns in diesem wichtigen Moment unseres Lebens bereitet haben, hat uns viel bedeutet, und wir werden ihn nie vergessen. Punkt Er fügte hinzu, er sei dankbar, dass Prinz George und Prinzessin Charlotte an diesem Besuch teilnehmen konnten, um ihre eigene lebenslange Freundschaft mit diesem wunderbaren Land zu beginnen. Wir sind in der Art vononton! Mmg. Untertitelung des ZDF, 2020